hallo und herzlich willkommen zu part 9 von age of engineering ja wieder zurück und wir haben beim letzten mal ja hier diesen wunderbaren empowerer gebaut und damit in das nächste age oder sind damit ins nächste age vorgedrungen ja so aber nutzen können wir ihn leider noch nicht denn wir haben viel zu wenig rf und ja das ist unsere einzige möglichkeit im moment rf zu produzieren und das ist ein wenig schlecht ich meine wir haben jetzt zwar ja schon einiges da steht zwar if aber das gleiche wie rf immerhin da drin schon gespeichert aber das ist nicht viel und weiter mit dem survival ist generator möchte ich auch nicht machen dann haben wir ja das hier hinten aufgebaut gehabt canola oil und ich wollte ja canola oil unbedingt nutzen für das hier und das habe ich auch gemacht und das ist auch eine super sache allerdings wollte ich es auch für rf nutzen und ja rf brauche ich deutlich mehr deutlich mehr als eu und passive power gin wäre zwar schön mit canola aber ja ich habe halt nicht so viel canola und das feld draußen würde nicht reichen ich müsste das ja viel viel größer machen das canola oil an sich die produktion aus einer canola dings da kommt ja nicht viel raus und so weiter das ist also sehr aufwendig dauert viel viel zeit und ist das alles einfach nicht wert zumindest solange wir keinen canola produktion haben die automatisiert ist und ja dann fällt irgendwie automatisieren ist alles schön gut aber ich denke das sinnvollste womit mir canola produzieren können ist ein close und ein close ist noch ein wenig weit weg von daher streiche ich den plan rf produktion mit konola erst mal vorerst das ist später sicher eine sehr gute idee im moment ist es jetzt gerade nicht so gut und ich hatte mich so darauf festgesetzt dass ich überhaupt an gar nichts anderes mehr gedacht habe denn ja wir haben ja noch water wheels von immersive engineering und die sind natürlich super deswegen werden wir da natürlich auch erstmal mit arbeiten vor allen dingen das ist super power also passive power gen denn die stehen nur rum und produzieren rf für nur halt einmal das ganze craften und aufsetzen und schon haben wir f ja für immer also zumindest halt relativ wenig aber ja das werden wir gleich machen andere sache die ich jetzt noch zwischen den folgen gemacht habe ist ich wollte mit integrated dynamics dann hier sowas automatisieren beziehungsweise die ölarten die nachkommen das heißt crystal ist kommt glaube ich und dann empowerter genau die wollte ich damit mit integrated dynamics automatisieren das klappt auch wunderbar das funktioniert auch super integrated dynamics ist ein echt toller mod was das angeht der kann richtig viel aber ja da wir das jetzt erstmal nicht machen brauchen wir integrated dynamics auch nicht und ich glaube im moment haben wir auch nichts womit wir irgendwas automatisieren können mit integrated dynamics trotzdem habe ich damit angefangen und trotzdem möchte ich euch zeigen hier dieses mandrel logs falls noch niemand von euch die bäume gesehen hat einer davon stand auch in unserem mining age vor allen dingen dort habe ich die dinger gesucht was mir später aufgefallen ist das sind die in der overworld ein ganzes biom voll den dingern steht aber naja das muss ich ja nicht unbedingt auseinander reißen das hier sind die mandrel saplings und als baum sieht er dann ich weiß jetzt nicht ob ich irgendwo einen grad in der nähe habe nein wahrscheinlich nicht da hinten steht ein aber das ist etwas weit weg ich glaube ich hole mal kurz baumiel und macht das dann so beziehungsweise vielleicht in der oberwelt da müsste auch ziemlich in der nähe müsste auch ein paar bäume sein wenn mich nicht alles täuscht da hinten sind auf jeden fall jede menge ja gut prinzipiell das sind so schöne blaue große bäume die haben ein etwas verbreiterten stammen unten also um den stamm in der mitte haben sie noch mal vier logs außen herum stehen daran erkennt man die eigentlich sind sehr schön die bäume und ja wenn man die abbaut dann baut man die am besten einen block höher ab mit der axt hier und dann funktioniert das auch ordentlich ja kommt ich zeig mal kurz dann versteht man vielleicht auch was ich jetzt damit gemeint habe so bauen wir haben doch im acerator dauert zwar einen moment aber gut währenddessen kann ich kurz mal zeigen was man dann mit den mentor logs machen kann dann nehmen wir mal einen und diese mentor logs die kommen hier in den squeeze einmal rein drücken wie man sieht der hat hier so channels praktisch von der mitte ausgehen und die müssen in einen von diesen drei basen gehen das heißt der drei basen muss eben so dran oder der squeeze muss so gesetzt werden dass dieser channel eben hier einer von beiden in den drei basen geht dann mentor log rein und dann springen einfach darauf um springen und man sieht die platte hier geht runter und wir bekommen mentor essen und dieser mentor essen der trocknet und wird zu block auf christle ist mentor und daraus besteht so ziemlich alles was wir mit dem mod machen können das heißt das ist die grund ressource und um die platte hier hoch zu bekommen deswegen steht das ding auch hier redstone signal und schon ist er wieder zurückgesetzt das hilft auch wenn er sich irgendwie verpackt das heißt nicht ordentlich wieder hoch geht wie man sieht ein bisschen was habe ich davon auch schon produziert jetzt wollen wir uns kurz noch das bonemeal gehen noch kurz zu einem baum und fällen mal ein dann zeige ich euch das nämlich mal was ich da meinte vielleicht jetzt der ein oder andere auch verstanden aber das bisschen doof zu erklären wenn man den baum nicht vor sich hat so mendel log hier sagt auch kommt ist es dein ernst ja okay also prinzipiell bilden wir jetzt mal ein baum nach ich habe nämlich jetzt keine lust mehr der baum sieht unten so aus und dann geht hier der stamm hoch wenn ich den jetzt abbaue mit dieser axt hier und ich baue den hier an so einem stamm ab dann werde ich nicht den gesamten baum fällen können wenn ich jetzt hier den da abbaue dann fällt er mit dem gesamten baum und dann kann ich wenn ich den hier abgebaut habe mich hier drauf stellen und den mittleren block abbauen und dann baut er den rest hier komplett alles ab und ja so fällt man den baum richtig zumindest wenn man ihn halt mit so einer axt fällen möchte ja wenn der baum hat nicht wachsen möchte ich weiß nicht mal ob wir wirklich funktioniert auf den bäumen habe ich noch nie ausprobiert ja gut dann water wheels da waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben da habe ich auch schon ein bisschen was vorbereitet und ich sehe dahinten die öfen brennen nicht mehr das heißt da werden wir jetzt mal kurz noch kohle nachlegen zack und zack damit hier meine tank von chrysard oil wieder voller wird das schöne ist der tank wird bevorzugt und sobald der voll ist wird der rest dann gewäutet das ist echt praktisch das war zwar zufall dass es so rum ist aber es ist super es funktioniert hier habe ich mal vorbereitet für water wheels das was wir so brauchen ich möchte vier stück insgesamt machen und dafür brauchen wir jede menge davon dann das hier ist das eigentliche was rf produziert dafür brauchen wir die copper coils und dafür brauchen wir neue crystal und davon möchte ich wie gesagt vier stücke haben das heißt ich brauche vier neue crystal vier stück davon 1 2 3 4 zack und schon haben wir unsere neue crystal hervorragend und dann können wir copper coils müsste ich jede menge haben genau da habe ich ein stack ja gemacht gehabt aus dem stack an copper plates so dann haben wir davon vier stück dann brauchen wir noch ein bisschen eisen und redstone ja das hat man davon wenn man immer nur so viel mitnehmen wie man wirklich braucht das bringt es nicht dann rennt man nämlich doppelt und dreifach so dann haben wir die dinge und dann brauchen wir noch ein bisschen stahl und das ist hier drin stahl da haben wir jede menge von dann brauchen wir hier water wheels das sind dann die dinger hier bestehen immer aus vier segmenten und einem stahl ist also auch nicht unbedingt teuer wenn man jetzt gesehen hat das kostet jetzt nicht so viele ressourcen und ist echt super einfach zu machen jedes von diesen kinetic dynamos kriegte drei water wheels und mit diesen drei water wheels und genügend wasser und schon wieder nacht produzieren wir dann 88 rf pro tick und ja das ist doch jede menge wenn man das oder wenn man da vier stück hat deswegen denke ich ist das für den anfang richtig gut ich habe mir überlegt hier hinten ist eine schöne freie fläche ich mache es hier hinten irgendwo hin denn ja sie verbrauchen halt ein bisschen platz deswegen ist das vielleicht nicht verkehrt und ich sollte mir ein bisschen mehr wasser mitnehmen ist vielleicht nicht verkehrt wenn man da ein bisschen mehr platz hat dann muss ich halt nur gucken wie ich das mit den leitungen dann da wieder hinbekomme aber gut dann werde die eben hier quer durch meine basis hier gehen das heißt einmal hier durch und dann sind wir ja schon fast da unten das wird schon irgendwie funktionieren so dann ein water wheel fangen wir hier hinten mal an 1 2 3 4 1 2 3 so müsste das ungefähr sein und dann drei breit das heißt hier so drei kommt dann der dynamo hin und das ist halt wirklich blöde zu bauen wenn man nicht fliegen kann so da kommt der dynamo hin dann das wasserrad 1 2 und 3 kommt hier dran wie man sieht sehr groß aber passt schon und dann müssen wir uns noch überlegen warum das wasser hier fließt ich würde mal sagen hier hinten entlang das heißt wir brauchen dann hier können wir ungefähr da muss das wasser lang das heißt hier kommt es runter und dann können wir hier blöcke setzen so dann fließt das wasser hier drauf und da runter und dann müssen wir hier hinten dann noch ein bisschen höher setzen so ungefähr damit das ganze dann auch funktioniert das ist nicht nach hinten wegläuft und dann hier seitlich eben noch zu mit zwei blöcken so dann sollte das von oben schon mal passen dann hier vorne müssen wir jetzt gucken wo auch hier das wieder ist da haben wir das also brauchen wir hier unten drunter einmal blöcke so das heißt das wasser was jetzt von hinten kommt fließt jetzt bis hier unten hin und hier wo das waterwheel dann noch einen block frei hat da möchte ich wieder eine wasserquelle reinsetzen die dann raus fließt das heißt ich brauche hier noch eine verlängerung von der kante und dann hier sowas und auffang becken den klotz hier brauche ich überhaupt nicht so und hier so lang das heißt hier hinten kommt eine water source rein die fließt dann raus und dann hätten wir das dann brauchen wir nur noch nach oben bauen das heißt da gehen wir halt jetzt hier mal so hoch zack eins zwei drei und dann können wir hier oben das wasser durch die gegend fließen lassen dann müssen wir jetzt gucken wo auch hier das da ist genau die kante die möchte ich haben weil hier würde das wasser dann runter fließen das heißt wir müssen die ersten blöcke wasser hier hinten setzen da setzen wir einfach hier cobblestone quer rüber und dann einmal so hier entlang damit es nicht seitlich runter fließen kann so und der cobblestone da unten muss noch weg ja gut da komme ich so jetzt nicht dran machen wir das so einmal so und das dann muss hier runter da müssen wir aufpassen dass wir von unten da noch cobblestone dran setzen an den und dann fließt das prinzipiell hier runter so und dann können wir hier noch einen block hinsetzen genau und dann fließt das wasser jetzt hier runter trifft hier unten drauf fließt dann unter das wasserrad und dann sollte das passen und dann brauchen wir noch das hier brauchen wir nicht mehr dann brauchen wir aber hier hinten noch eine sache dann kriegen wir nämlich auch die 88 rf boutique und zwar einmal hier hoch und hier unten kann ja wasser rein fließen und genau das also hier so wo der blog jetzt sitzt und genau das wollen wir machen das heißt wir setzen hier nochmal blöcke und das keine angst macht nichts auch wenn das so aussieht als würde das waterwheel da rein laufen das interessiert das waterwheel aber überhaupt nicht das ist ein bisschen bescheuert aber es ist so und das machen wir uns jetzt hier zunutze das heißt wir setzen jetzt hier das so hin dass wir hier nochmal wasser setzen können und dieser baum ist echt ein wenig im weg naja gut das kann ich auch von unten machen dann und dann hier jetzt noch ein block dran damit das wasser eben hier auch nicht raus fließen kann aus der seite und wer das eben schöner machen will könnte hier natürlich auch einfach seins in diese blöcke setzen dann sieht das nicht so komisch aus aber ist mir zu doof es funktioniert auch so also von daher passt das hier müsste noch ein block hin genau jetzt haben wir das komplett dann können wir das ganze mit wasser füllen dafür gehen wir jetzt einmal hier hoch und setzen hier unsere blöcke wasser dann sehen wir schon das wasserrad beginnt sich zu drehen zumindest so ein bisschen und dann setzen wir uns hier noch die wasserblöcke hin so dann sollte das jetzt hier runter fließen genau tut es auch hervorragend und kommt dann unten wieder an und dann klauen wir uns hier noch einen eimer wasser sollte eigentlich reichen aber bei die anderen nein du nicht die anderen mache ich auch mal noch voll dann muss ich später nicht noch mal zurück rennen und dann machen wir hier hinten das kann auch weg so und dann machen wir hier hinten da wasser hin und hier und jetzt kann das wasser hier raus fließen und dreht das rad noch mal schneller und jetzt sollten wir hier aus diesem kinetic dynamo 88 rf pro tick bekommen das ist das setup was man dafür braucht sieht ein bisschen scheiße aus aber es funktioniert und das ist das wichtigere wie es aussieht interessiert mich jetzt in dem zusammenhang nicht weil später werden wir dann weg machen oder vielleicht ja irgendwo schön aufbauen das ist schön aussieht mal sehen das weiß ich noch nicht aber jetzt ist uns erstmal wichtig dass wir rf bekommen gut ich brauchen dann mal kurz noch die drei anderen water wheels auf dass wir hier insgesamt vier stück stehen haben und wir sehen uns dann gleich wieder bis gleich da bin ich wieder und wie man sieht vier wasserräder hat eine weile gedauert aber war jetzt nicht weiter schwierig die ganze dinge aufzubauen ich habe sie prinzipiell hier gespiegelt einmal in dieser achse hier dass ich die beiden verkehrt herum gebaut habe und die hier nochmal daran gespiegelt das sollte ganz gut funktionieren außerdem habe ich mir ein paar wire connector und relays gemacht hier davon bekomme ich immer zwei aus 16 restona crystals ist dann kein problem und ja das hier ist auch nicht unbedingt das problem es braucht halt immer nur viel harten clay aber davon habe ich ein stack gemacht gehabt beim letzten mal das sollte uns erstmal genügen so die wire connector kommen hier hinten dran und die füllen sich auch direkt mit gef gar kein problem haben die kommen hier jeweils überall hinten dran so und ein wire relay kommt hier hin und dann kann ich die ganzen dinger hier verbinden mit dem wire relay so und so und dann müsste ich prinzipiell nur noch ja gucken bis wohin ich denn gehen kann mit den wires hier einmal durch und dann prinzipiell so ungefähr bis hier hin gucken wir mal wo genau prinzipiell hier müsste es noch gehen vielleicht ist es abstract vielleicht auch nicht das könnte gerade gehen ja das geht wunderbar toll damit habe ich hier schon einiges des weges geschafft und dann muss ich nur noch gucken dass ich hier durch komme machen wir hier mal ein bisschen auf so und schauen wir mal wie weit wir da kommen haben das schöne ist es wird ja immer schön rot angezeigt wie weit ich gehen kann wie weit nicht das ist echt gut gemacht so muss man nicht im kopf haben wie weit man gehen kann es ist halt nur die frage ich würde sagen ich gehe hier oben an den block das heißt ich brauche mal kurz ein bisschen cobblestone an den block habe ich glaube ich gesagt an den da oder nähern den da so ganz so hoch wollte ich nicht hier so hin wire relay einmal da dran hervorragend und von dort aus kann ich dann weiter gehen das müsste dann reichen bis zu meiner basis so habe ich das dann relativ gut verkabel denke ich also was heißt reichen reichen tut es wahrscheinlich nicht das heißt ich gehe dann ja prinzipiell hier nochmal irgendwo hin allerdings direkt auf der richtigen höhe das heißt ich hänge das irgendwo in die luft so vielleicht mal gucken ob das geht hoffentlich jawohl es geht es sieht jetzt etwas lustig aus aber es funktioniert das ist alles was zählt und dann müsste ich rein theoretisch direkt hier in meine basis gehen können ja den ausgang sollte ich eigentlich sowieso nicht mehr nutzen das heißt einmal hier hin zack obstructed natürlich ist das obstructed mal gucken ob wir sehen können warum wo trans hängt wie wir sehen sehen wir es gar nicht hier vielleicht da vielleicht die beiden mal weg dann könnte das eigentlich auch schon passen einmal so und so haha das sieht schon besser aus sehr gut und dann sind wir schon in unserer basis und ich würde mal sagen ähm da aber mit energie jetzt hier reinkommen ähm ja hier können wir nicht mehr raus das heißt äh das machen wir mal zu zack den stein weg der ist dann überfällig und ähm dann machen wir den capacitor ähm den setzen wir jetzt gerade mal irgendwo kurz hin und den konfigurieren wir dann gleich mal hier auf nichts bitte und den setzen wir dann ähm ja hier so an die wand würde ich mal sagen das heißt wir machen hier dann das relay dran beziehungsweise den input äh so den connector genau den hier dran und das hier dran und schon sollte der sich füllen ähm ja tut er auch hervorragend das heißt wir haben jetzt äh Passive Power Gen ich hoffe mal dass die Kabel überhaupt genug transferieren können ich habe nämlich keine Ahnung wie viel die transferieren können wenn nicht müssen wir die upgraden zur äh Medium Voltage ähm da bin ich mir jetzt gerade auch gar nicht mehr sicher was das kostet gut das ist kein Problem achso ja das war das Elektrum ähm naja gut wenn wir es brauchen dann mache ich es halt ähm ansonsten schauen wir mal also den machen wir dann hier zum Ausgang dann können wir hier den Wire Connector dran machen und ähm damit dann das auch betriebsbereit ist machen wir das ganze jetzt mal äh so ist zwar nicht wirklich schön aber es funktioniert hoffentlich und dann können wir ähm ähm ja halt können wir noch nicht weil wir brauchen noch einen Connector hier zu dem wir dann gehen können so dahin und dahin und den dann da dran und dann sollten die sich langsam aber sicher mit erfüllen ähm und genau da ist das richtige Wort langsam ja aber sie füllen sich und das ist wichtig ähm und es scheint mal weniger zu werden da drinnen ja es wird weniger das heißt ähm es kann anscheinend oder die Wires können anscheinend mehr transferieren als wir da hinten produzieren weil wir haben hier vier Connector ähm die das Maximum saugen und hier außer die Wires verlieren mit ihrer Laufzeit ähm RF und ich glaube das ist auch so aber gut das wäre jetzt nicht so schlimm ähm von daher ist es am besten eigentlich so nah wie möglich das ganze dran zu bauen aber gut das ist jetzt hier ein bisschen schlecht ähm ähm macht aber nichts da es eh passiv passiv ist ähm kriegen wir jetzt vielleicht so um die 80 RF pro Ding das trotzdem mal vier ist jede Menge ähm zumindestens für den Anfang und äh wenn sich das Ding dann hier gefüllt hat komplett alles dann ist das auch super ähm so prinzipiell können wir jetzt mal was machen ähm ich möchte mal so eine Canola Seed haben ähm huch so viele wollte ich jetzt eigentlich nicht ähm einmal hier hin zack dann haben wir die die können wir jetzt hier in die Mitte machen ähm das ist jetzt einfach mal das einfachste was man machen kann und das kostet auch nicht viel RF deswegen mache ich es und äh so sieht das ganze dann aus und zack ist es fertig ähm und schon haben wir eine Empowered Canola Seed ähm und die brauchten wir ja für den Generator ähm nutzen wir jetzt aber noch nicht die kommt jetzt erstmal hier in die Kiste oder hier rein ähm ja gut ähm ja pro pro das sollten wir direkt auch hier hinten dran machen das Ding kann nämlich fort ähm ähm der hier zieht mal um ähm das hier kriegt ein Connector dran das Ding sollte voll sein jawohl einmal hier hin und der Laser äh ja gut eigentlich kann er hier hinten bleiben ähm da steht er ja nicht schlecht nur wegen dem Wire ging das jetzt eh grad nicht und der kriegt dann so ein Ding auf die Oberseite und dann sollte der auch immer schön voll sein und der füllt sich ja sehr gut sehr sehr gut ähm bist du nicht ganz voll sollte oder ist der gerade leer nö eigentlich nicht das ist wahrscheinlich nur ein Anzeige-Bug oder die letzten drei äh vier RF kriegt er da nicht rein wie auch immer ist auch nicht schlimm ähm reicht ja ähm gut dann gucken wir mal was wir jetzt als nächstes machen ähm ich würde sagen Empower brauchen wir vor allen Dingen für Empowered Sachen also ähm ähm em pow what so da haben wir nämlich den ganzen Kram den wir so brauchen ähm vor allen Dingen brauchen werden wir am Anfang ähm hier Empowered Redstonia und Empowered Palace und ähm ähm ja 8 Millionen RF und 4 Millionen RF ähm ähm die Dinger brauchen nur 400 ähm Kilo RF also deutlich weniger ähm ähm da wir sehr sehr viel davon brauchen und äh die Zutaten die da die dafür gebraucht werden ähm ähm sind ähm ja Ardite ähm Red Granite und Resonating Redstone ähm ähm Rose Red kein Problem davon kann ich jede Menge holen ähm ist ja nur Pflanze und Rosebushes müssten wir sogar haben ähm ähm ja hier genau und ja Bone Meal haben wir prinzipiell unendlich ähm rein theoretisch wenn ich das möchte das heißt wir können Bone Meal direkt in Rose Red umwandeln durch die hier Rosebushes ähm weil das ja eine 2 hohe Pflanze ist genauso wie Sunflower das heißt das ist kein Problem ähm aber die anderen Sachen genau und ähm ich brauche ein Set von Ingredients für ein Empowered Palace ähm Quatsch Empowered Redstone ähm Crystal an sich oder eben für einen Block brauche ich genau dasselbe nur halt mehr RF das heißt ich werde wahrscheinlich direkt anfangen Empowered Redstone Blocks zu machen äh Crystal Blocks weil von den Ressourcen her ist es weniger ähm von der RF Menge ist es mehr allerdings lohnt es sich später einfach ähm die Blöcke zu machen und ähm ja RF mäßig ich denke äh ja wir werden es irgendwie schaffen ähm es wird ja passiv generiert also wenn ich dann Minern gehe und starte sowas dann sollte das eigentlich gut funktionieren ähm ja die Dinger wenn wir jetzt mal grad gucken für was wir die brauchen ähm die brauchen wir vor allen Dingen dafür ähm Basic Capacitors die werden später sehr wichtig weil aus diesen Dingern besteht ja sehr sehr viel ähm wie vielleicht die Leute schon wissen die mit EndaIO äh gearbeitet haben ähm vor allen Dingen das hier die Maschinen äh chassis ähm die besteht auch jeweils aus einem von den Dingern bloß noch ein Sturdy Casing was H4 ist und ähm ja die macht man auch in einem Empowerer auch schön ähm also man sieht schon ähm sehr viel wird der Empowerer genutzt und eben auch diese Empowered Red Stonia Crystals ähm die sind in mehreren Sachen noch vorhanden wie zum Beispiel hier auch Advanced Sturcasses nutzen die genauso wie die Empowered Palace und Empowered Palace äh äh 8 Millionen RF ist auch nicht grad wenig ähm Kobalt Blue Slime Crystal Prismarine Shards und Fisch ähm Fisch haben wir da irgendwie eine schöne Dings ähm nein außer Angeln eigentlich nichts ähm oder halt ein Guardian aber das bringt mir nicht viel ähm das Zeug hier sollte kein Problem sein kriege ich natürlich auch hiervon aber über den Atomic Reconstructor ist das einfach nur Quarz ähm von daher gar kein Problem ähm hallo ich würde gerne da wieder zurück Kobalt haben wir und den Blue Slime Crystal ähm ja Sand, Dirt und Blue Slime Blue Slime müsste ich haben habe ich weiß ich nicht ähm habe ich nicht ist aber kein Problem ähm wenn wir mal kurz ich bin immer noch gewöhnt da oben raus zu gehen ähm gehst du mal Karte genau auf Oberwelt ähm dann müssten wir mal gucken genau hier da haben wir ein Slime Island hier haben wir ein Slime Island ähm da hinten ist noch eins da schwebt eins rum ähm überall wo die sind da wachsen ja diese tollen Bäume drauf und ich glaube wir brauchen die mit dem lilanen Dach ähm da ist Blue Slime drin jede Menge ähm von daher ist das gar kein Problem das kriegen wir hin ähm ja es ist eigentlich nur das RF was uns daran hindert ähm aber ich würde mal sagen wir fangen mal an mit einem Empowered Redstone ja warum nicht ähm dann haben wir das zumindest schon mal geschafft das heißt wir brauchen Ardite äh Red Grenade resonating und ähm das da Rose Red ähm und Rose Red müssten wir hier draus bekommen wenn wir das so machen kriegen wir zwei und über eine Segment Quatsch über einen Messerator geht gar nicht okay äh gut macht nix ähm ist jetzt nicht so tragisch kriegen wir auch so hin das heißt einmal Rose Red ähm das kommt dann hier rein ähm ähm Resonating Crystal Red Grenade und ja Resonating Redstone Crystal ist das Ding ähm und äh ein Ardite Ingot war das Ardite haben wir jetzt als Ingot Form nicht aber das kriegen wir hin ähm kurz mal hier durch den Ofen werfen und dann ist das auch kein Problem das kommt noch da drauf und dann brauchen wir noch huch ich wollte eigentlich ein paar einzelne Redstone so einen Redstone Block das heißt den machen wir uns direkt ähm und werfen den hier einmal davor dann bekommen wir das hier und mit dem letzten Item sollte das Ganze dann starten ähm so und äh ja es funktioniert auf jeden Fall nur es wird jetzt sehr lange dauern ähm ich weiß gar nicht sieht man irgendwo wie viel RF das Ganze schon gezogen hat ich glaube nicht nein ich glaube das sieht man leider nicht das ist eigentlich ziemlich schade dass man es nicht sieht ähm so kann man nicht sagen wie viel er jetzt schon gemacht hat und wie viel er noch braucht aber irgendwann ist es fertig ähm und äh dann ist gut ähm normalerweise müsste hier eigentlich noch eine RF Anzeige sein das wäre ganz schön ähm wo man dann sieht wie viel denn schon in den Block infused ist ähm das wird halt hier nicht gezeigt eigentlich schade aber naja ähm ähm ja ich würde sagen für die Folge haben wir dann auch erstmal genug ähm ähm vor allem was RF Produktion jetzt angeht und das hier ähm ja zwischen den Folgen werde ich jetzt auf jeden Fall noch meinen angehen ähm denn ich glaube wir brauchen noch sehr viel mehr Diamanten als ich im Moment habe ähm und außerdem lasse ich solche Sachen vielleicht schon mal laufen dass ich ein bisschen Redstone ja ein bisschen eine Palace Crystal und so weiter habe ähm ähm ja wie man sieht es dauert halt ähm sehr lange und ich hoffe das Ding hier füllt sich dann auch langsam aber sicher auf ähm im Moment tut es das halt nicht klar wir brauchen zu viel RF hier jetzt beziehungsweise müssen die Dinger immer noch auffüllen die Display Stands ähm ja aber mal gucken wir werden es dann sehen wie weit ich dann schon gekommen bin ob das Ding dann mittlerweile voll geworden ist beziehungsweise ob ich nicht geupgradet habe zur ja High Voltage äh beziehungsweise äh Medium Voltage ähm weil äh ja es ist doch sehr langsam irgendwie und ähm auch wenn es jede Menge Elektrum kostet und ich einfach sehr wenig Gold habe Silber habe ich jetzt ziemlich viel Gold eigentlich nicht so viel aber auch das finde ich ja bei Meinern und dann werde ich entscheiden ob ich das mache oder nicht und äh ja das werden wir dann sehen also bis dann bis dann da und da bis dann bis dann ins bei Untertitelung des ZDF, 2020